Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns immer noch im Flashpoint Maelstrom Gefängnis gerade, haben jetzt die Bonusmissionen alle abgeschlossen, haben auch den Boss für die Bonusmission erledigt und allzu lange dürfte der eigentlich nicht mehr gehen. Hier haben wir nochmal Lord Vanitrast, der sich uns entgegenstellt mit einem mutierten Maelstromkreischer. Ja, das ist die Frage, wie wir zuerst ausschalten müssen. Ich würde sagen, wir können uns erstmal um den CIS. Ja, der geht auf jeden Fall schon relativ schnell down hier. Zumindest schneller als die vorherigen Bosse. Das glaube ich nicht, dass wir sterben werden. Spürt die dunkle Seite. Da ist noch einer. Achso. Das ist unmöglich. Ich hatte eine Bestimmung. Und die hast du leider nicht erfüllt, mein Lieber. Dafür haben wir gesorgt. Gut, weiter geht's. Das war ein weiterer Boss. Die feindliche Flotte in den Maelstrom. Gewinnt etwas mehr Zeit für unsere Freunde. Man kann es da mal versuchen. Oh Mann. Hätte ich aber noch mehr gelacht, wenn das jetzt funktioniert hätte. Und tschüss. So, der wäre auch erledigt. Hier ist noch mal eine Konsole. Ich glaube, die brauchen wir aber gar nicht mehr. Ich gucke trotzdem mal nach. Nö, die brauchen wir nicht mehr. Aber wir haben sie trotzdem mal zerstört. Jetzt seid ihr ganz allein. Es wird nicht viel übrig sein, wenn ihr euch fernst. Hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Die hauen auch nicht rein, hier, die Jungs. Wunderbar, haben wir gut hingekriegt. Okay, wie sieht's jetzt hier aus. Ja, da kommen wir nicht dran vorbei. Da müssen wir kämpfen, Leute. Das nützt nicht. Aber vielleicht können wir den hier runterschießen. Nee, nicht ganz. Schade. Schade. Der da hinten heilt immer wieder. Habt ihr das schon gesehen? Ich habe mich schon gewundert, warum die so lange stehen bleiben hier. So, geplündert und hier geht es auch nochmal weiter. Ja. 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 Sorry, aber dann müssen wir leider durch. Da kommt sogar der dritte Brille jetzt noch dazu. Ne, der zieht wieder ab. Sehr schön. Ja. 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 müssen wir hier irgendwas machen ach jetzt kriegt der schaden weiß ich auch nicht was das gerade war wir müssen wieder ein bisschen auf unsere gesundheit aufpassen hier hier und da wird er mal ordentlich einen reinhauen so wo ist er jetzt hin da hinten ist er und wieder kriegt er gerade keinen schaden ja 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 wegen dem schild hier oder jetzt glaube ich kriegte wieder schaden hier das liegt an seiner deckung an seinem schild die wieder ein bisschen auf abstand ja dann hätten wir schon mal den ersten großmacht getötet hier auf unserer liste auch nicht schlecht das habe ich nicht für die stufe 63 wir haben hier so vieles zu erober jaj haha jaj 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 Was ist geschehen? Ich spüre... Nein. Nein. Was habt ihr getan? Nun hält ihn nichts mehr. Revan. Wovon redet ihr? Euch hat man doch festgehalten. Durch meine Anstrengungen wurde der Imperator gebremst. Wie habt ihr mich gefunden? Eure Stärke verlässt euch. Ihr müsst frei sein, sonst ist alles verloren. Ihr solltet eins sein mit der Macht. Endlich Frieden finden. Es gibt keinen Frieden, solange ihr leidet. Der Imperator ertrinkt euch in dunklem Wasser. Er will, dass ich wieder Darth Revan werde. Ihm diene, wie ich es vor Jahrhunderten tat. Ich dachte, ihr wärt ein Jedi. Ihr habt dem Imperator gedient? Seid ihr dann nicht ein Zip? Als ich der dunklen Seite verfiel, wurde ich seine Marionette. Er schickte mich, um die Republik zu verletzen. Die Jedi vernichteten mich. Dann bauten sie mich wieder auf. Ich führte meine Verbündeten bis zum Rand der Galaxis, um den Imperator zu vernichten. Doch wir verstanden seine wahre Macht nicht. Ich habe alle verloren. Aus unseren eigenen Reihen wurden wir verraten. Der Imperator sperrte mich ein. Hielt mich mit Sith-Archemie am Leben. Benutzte mich. Ihr habt immer noch sie. Eure Freundin hat sich dem Willen der Macht verwehrt, um bei euch zu bleiben und euch zu helfen. Sie war es, die mir die ganze Zeit die Kraft verlieh, um Widerstand zu leisten. Erst jetzt habe ich es erkannt. Der Imperator benutzte mich als Verbindung zur hellen Seite der Macht und zum Jedi-Orden. Durch mich hatte er Visionen. Doch diese Verbindung verlieh auch mir Einfluss. Ich überzeugte den Imperator, dass der Frieden in seinem Interesse lag. Ich zügelte seinen Hass. Der Frieden ist verloren. Der Imperator beginnt seinen letzten Krieg. Haltet ihn auf. Verlasst diesen Ort, solange ihr noch könnt. Nutzt die Schiffe des Feindes. Danke, meine alte Freundin. Ich werde zu Ende bringen, was wir begannen. Tja, wird ihr das gedacht? Dass wir hier Rehwan retten. Okay, dann können wir den Flashpoint verlassen. Auch den haben wir abgeschlossen, liebe Leute. Wir gucken mal, ob wir hier noch eine Mission jetzt abgeben können. Bestimmt müssen wir mit dem Meister hier nochmal sprechen. So viele gaben für meine Freiheit ihr Leben. Ich bin Meister Otec begegnet. Er ging fort, um das republikanische Oberkommando über die Verluste in Kenntnis zu setzen. Sie sind erschütternd. Ihr seid ein mächtiger Jedi. Einer der Größten, die ich je gesehen habe. Im Krieg, der uns bevorsteht, werden wir eure Kraft brauchen. Ich werde dem Feind gegenübertreten. Als Jedi sehne ich mich nach Frieden. Aber wenn es zum Krieg kommt, bin ich bereit zu kämpfen. Ihr erinnert mich an alte Freunde, die ich verloren habe. Meine Verbindung zum Imperator ist gebrochen. Aber als ein Gefangener habe ich viel gelernt. Das Wissen von Jahrhunderten. Ich werde alles mit dem Rat der Jedi teilen. Dann werde ich diesem verfluchten Krieg und dem Sith-Imperium ein Ende setzen. Ich helfe euch so gut ich kann. Wenn ihr Verbündete braucht, könnt ihr auf mich zählen. Ihr habt mir die Freiheit geschenkt. Das ist mehr als genug. Es gibt ein Geheimnis, das der Imperator nie aus mir heraus bekam. Einen Ort. Die Fabrik. In den falschen Händen kann sie ganze Zivilisationen vernichten. In meinen Händen wird sie die Galaxis retten. Kehrt in den Kampf zurück, solange er noch anhält. Erzählt mir von dem Jedi-Geist. Eins wüsste ich noch gern, bevor ich gehe. Wer war die Frau, die uns zu euch führte? Sie war ein großer Jedi. Meine Ängste vertraute. Die Geschichte kennt sie als die Verbannte. Für mich war sie... ...weitaus mehr als das. Eure Fähre nach Typhon ist startbereit. Es wird Zeit. Lebt wohl. Ich werde nie vergessen, was ihr heute hier getan habt. Ich auch nicht. Nicht nur, dass ihr ihn gerettet habt. Ihr habt der Flotte auch weitere Verluste erspannt. Passt gut auf euch auf, O-Tag. Die Republik braucht jeden Flottenadmiral und Jedi-Meister, den sie hat. Seid bitte vorsichtig, ja? Der Weg, der vor mir liegt, ist sehr gefährlich. Aber ich gebe mir Mühe. Dank euch haben wir einen großen Schritt zum Sieg über das Imperium getan. Möge die Macht mit euch sein. Tja. Wunderbar. Was kriegen wir hier für ein... ...ja, kritischer Trefferwert? Würde ich eher nehmen. Und dann können wir hier nochmal schauen. Was haben wir denn da? Ein MK5-Lichtschwert des Fremdlingsmachtheilers. Und hier kriegen wir mehr Schnelligkeit. Das brauchen wir nicht. Können mal gucken, was wir vielleicht hier dekonstruieren können. Oh, nix. Aber alles nur verkaufen. Die Sachen sind alle gebunden. Das ebenfalls, genauso wie die Handschuhe, hier ein imperialer Computertisch. Den nehmen wir mal mit. Und den Rest verkaufen wir dann. Wenn ihr was seht, was euch gefällt, gebt mir ein Zeichen. So, und einmal reparieren. Wunderbar. Eure Credits sind jederzeit willkommen. So, dann können wir auf Balmora weitermachen. Wir sind aber gleich auf der republikanischen Flotte. Das heißt, da würde ich nochmal ganz gerne nach Modifikationen und Verbesserungen Ausschau halten. Für unser Lichtschwert. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reise Route. Ja, schon mal ganz schön, dass wir die beiden Flashpoints hier abgeschlossen haben. Damit haben wir auch schon wieder einiges an Geschichte wahrgenommen und erzählt bekommen. Und ich sehe auch gerade schon wieder, wir haben dreimal Post, die auf uns wartet. Da müssen wir auch nochmal nachschauen, was da drin ist. Ab zur Hauptebene. So, dann müssen wir schauen, wo gibt es denn die Modifikationshände? Die waren hier unten. Guck mal, für Stufe 60 bräuchten wir. Ja, 65 sind wir noch nicht ganz. Und hier ist das Postfach. Da wollen wir auch nochmal gucken. Boris Ulgo. Captain Scove im Auftrag Commander. Der Kommandant hat mich gebeten, euch einen kleinen Bonus zukommen zu lassen, weil ihr uns geholfen habt, Boris Ulgo zu verhaften. Wir haben einst einige seiner Siege in der Ausbildung studiert. Ich kann nicht glauben, dass er in einer Gefängniszelle geendet ist. Die Panthiers sind natürlich nicht glücklich, aber mir persönlich ist es egal, was diese Verräter denken. Alderan braucht einen Herrscher, der gegenüber der Republik loyal ist. Hoffentlich bekommen wir einen, wenn dieser Krieg beendet ist. Captain Scove. Und ja, Fascha, Terral, Organa und unseren Abgesandten. Ich muss euch noch einmal für alles danken, was ihr für mich und meine Familie und auch für Alderan selbst getan habt. Meinem Vater geht es gut und die Friedensbemühungen werden fortgesetzt, auch wenn die Verhandlungen lang und kompliziert sind. Wenn jemand einen Groll deswegen hegt, was jemand anderes über seinen Gatten vor 50 Jahren auf einer Party gesagt hat, dann verzögert sich halt alles. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass ohne die Einmischung von Meisterin Sidoni der Bürgerkrieg bald endet, wenn den Ulgus endgültig die Zähne gezogen wurden. Eins noch, es tut mir so leid, dass wegen des Protokolls keine Hochzeitseinladungen für euch und eure Freunde ausgestellt werden konnten. Lou und ich haben euch sehr vermisst, aber ich habe diese kleinen Dinge vom Organa-Empfang behalten. Bitte nehmt sie an mit unseren besten Wünschen. Und das galaktische Nachrichtennetz meldet CIS-Angriff auf der Deralia. Dramatische Szenen haben sich heute über Deralia abgespielt, als CIS-Truppen einen kühnen Angriff auf einen Diplomaten. Schiff der Republik starteten. Mehrere Senatoren und diplomatische Vertreter wurden getötet, bevor ein Jedi-Stoßtrupp das betroffene Schiff, die Fortitude erreichen und die Ordnung wiederherstellen konnte. Bedeutet das in Zeiten wachsender Spannungen zwischen Republik und Imperium, dass die Republik Probleme hat, ihre Grenzen zu sichern? In einem Explosiv-Interview bestätigt die Abgeordnete Alauni von Saloikami dies. Dieser Angriff demonstriert die beständige Inkompetenz der republikanischen Patrouillern und der herrnlosen Bürokraten, die sie verwalten, kommentierte sie. Bei der Bitte um Stellungnahme gab der imperiale Botschafter Onkorosant Attaché Samel-Yane eine kurze Erklärung ab, laut der das Imperium keine Operationen im Tarmus-Sektor durchführe. Botschafter Jain fügte hinzu, dass das Imperium nicht für die Taten von abtrünnigen Elementen verantwortlich gemacht werden könne. Ja, da haben wir mitgewirkt, da waren wir involviert in die ganze Geschichte. So, und wir wollen Modifikationen für die Stufe 60 haben. Was brauchen wir für unser Lichtschwert? Ein Heft, eine Modifikation und eine Verbesserung. Dann gucken wir mal nach den Verbesserungen. Nehmen wir die. Es gibt immer zwei Hefte. Beherrschung und Ausdauer. Dann nehmen wir die mit mehr Beherrschung auf jeden Fall. Und eine todbringende Modifikation. Hier mit 80 Angriffskraft. Ja, ist auch die einzige, die wir nehmen könnten. Was haben wir da noch? Das hat weniger Angriffskraft und das noch weniger. Nehmen wir die. Viel Glück da draußen. So, und einen Kristall in Blau haben wir eingesetzt. Ich würde auch den ganz gerne mal austauschen. Es gibt nämlich hier in der Sammlung einiges, was ich schon gesammelt habe. Auch wenn es jetzt nicht so viel ist. Und ich würde mal gucken, dass wir hier den Türkisen nehmen. Kriege ich den nicht so irgendwie. Du bist nicht berechtigt, diesen Gegenstand anzufordern. Okay. Schalte ich dann für alle frei. Dann kann ich ihn anfordern. So. Okay, dann tauschen wir einmal die Verbesserung aus. Hier, zack. Das macht unser Lichtschwert auf jeden Fall schon mal um einiges besser. Das Heft tauschen wir aus. Und die Modifikation. Sowie dann hier den Kristall. Da kriegen wir dann halt Ausdauer für. Aber es ist nicht so verkehrt. Huch. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch nett aus. Gut Leute, dann würde ich sagen, gehen wir auf Balmora zurück. Einmal zum Raumschiff zurück. Auf der Flotte sind wir erstmal fertig. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt nicht noch mehr Zeit investieren. Ja, Kartellmünzen mit denen schmeiße ich so ein bisschen um mich, weil man sowieso durch das Abo immer mal wieder welche bekommt. Und durch das Sicherheitstoken, was man verbunden hat, bekommt man auch immer noch mal 100 extra. Deswegen ist das alles gar nicht so wild. Die Kartellmünzen kommen sowieso wieder rein. So, wir fliegen wieder nach Balmora. Ah ja, das hatten wir schon gelesen. Genau. Ich habe mich gerade gewundert. Und dann kehren wir zurück zur Käferstadt. Ja, es läuft. Ja, durch die Flashpoints haben wir natürlich auch einige Erfolge wieder eingefahren hier. Da gibt eigentlich so in der Regel jeder Boss irgendwie einen Erfolg und nachher der Abschluss des Flashpoints an sich auch nochmal. Das ist natürlich auch mal ganz nett. Auf zur Balmora Orbitalstation und dann fliegen wir mit dem wieder runter. Auf zur Käferstadt. Ja, hier sind wir vor einigen Folgen gestartet und haben uns dann direkt um den Flashpoint gekümmert. Aber ja, wie gesagt, schön, dass wir das erledigt haben und die Story da auch mitgenommen haben. Gut, Leute. Ich warte dann hier auf euch. Bis zur nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.